so die runde gewinnen wir haben ragnaros du meinst die gegner haben mir die für weiß ich ist ja so ein gewinnverlust faktor laut statistik auf jeden fall ich finde den cool aber laut statistik ist ja schlecht oder wie also ein theoretisch haben wir zumindest mehr schaden auf den immortal ja praktisch gesehen falls die ein panischer kriegen sollten ja hier im model also wenn die ein panischer kriegen sollte dann haben sie gescheatet goldwagen fetisch ist und der art das gut sein sollte dann haben wir ein problem weil der disabled einfach mit sind ragosa die gebäude und dann haben wir mit der vereinen problem gott sei macht die mörder ja nicht ganz so viel schaden wie ein bestrafer er geht nur auf gebäude war ja alleine das so eine gute idee ist aber ich glaube die ming und ragnaros kannst du nicht trennen waren die zusammen im team ich habe mich darauf geachtet das sind oben ja 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 Ihr tut guter Land, gefeiert auch zur Untenplätze. Boah, echt jetzt? Ich geh noch an den Malfurion drauf. Kampfs, Malfurion. Damage, Malf, sagst du? Das ist natürlich kacke ohne Heiler, Junge. Ja, der Raggi sollte eigentlich Solo-Ran hier, Immortal-Time, ne? Geil. Jetzt nicht sterben, nix, riskieren, Immortal-Time. Ich komme untenrum zum Immortal. Ach, wir sind noch zu spät jetzt. Sag nicht zu spät, sag ich da drauf gehen oder verteidigen? Ja, wenn, dann drauf gehen. Gut, dann geh ich drauf, nen Horn kaputt. Also ich meinte, äh, auf den Oberen. Ach, Gift, ich hasse, ich hasse Lunara. Ah, ich... Ihr habt euch alles so viel Zeit gelassen. Leute, sind die Töten gestorben, oder was? Hä? Wer ist gestorben? Lunara, glaube ich, oder? Was war das denn? Hier ist keiner gestorben. Doch! Bist du nicht tot? Oder war das Medivh? Ja, das... Die Anzeige ist falsch, glaube ich. Das war schuld. Oh, ich bin wieder gesund. Puh! Der war schuld! Aber das war knapp. Oh, das war aber klar, dass wir mehr schaden. Oh, das war krass. Oh, das war krass. Perfekte Stacks, Stacks! Das war krass. Kurze Pull-Position, ne? Einmal kurz Reifen wechseln, dann geht's weiter. Ja. Was geil ist, die Models oben liegt, gepusht alle unten. Ja, old school. Wir gehen mal so drunnen, ne? Weifen wechseln. Ja, ne, 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 weg. Oh, richtig. Nein. Waaaaaah! Oh, Gott. Wuh! Kalkuliert. Ich meine Olde-Loot-Rausch. Ich meine Olde-Loot-Rausch. Winde, führt mich auf mein Weg! Wir haben das Obere fast eingeritten. Passt. Ich mach jetzt Totem-Bild, ne? Ich meine Olde-Loot-Rausch. Es wird hier. Ich meine Olde-Loot-Rausch. Ich meine Olde-Loot-Rausch. Ich meine Olde-Loot-Rausch. Da hab ich die wieder verloren, weil der Abgabung hieß, der ist Bock. Oh, Immortel. Komm sofort. Ja, okay, dann sind wir zu low. Na, der Fallstart geht aber auch immer auf mich, die Dreck-Sauen. Cool, dass alle so gut auf Pings hören. Ich will Pings hören, aber ich hab gar keine gesehen. Weil der Ragnaross hat das alles so zugespammt, dass ich deine Pings gar nicht mehr gesehen habe. Ein paar Deppen, oder? Ich kann auch angreifen, wir machen mehr Schaden. Dann los. Oh, Gas, ey. Oh, richtig Gas geben hier. Drupp, 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 drupp. Nee, ich hab den nicht. Oh. Ja, war dieser. Ja, und das Hardcamp hat unser Kiep oben eingerissen. Ja, ich bleib oben. Das ist gut. Ja, ich bleib oben. Ich bleib oben. Felix. Hier stand slow. Ist keine gute Kombi. Also, du bist nicht gegenein. Das Forrest auf jeden Fall weg. Alter, die haben aber... Oh Gott, ey. Puh. Was wolltest du sagen? Das ist egal. Das ist die typische Quick-Match-Verzweiflung. Ich wollte das doch nicht holen, oder diesmal doch? Eigentlich nicht, aber wie willst du das mit den Randoms machen? Die sind irgendwelche Moves. Sollten wir nicht bei oben verteidigen? Ne, pushen. Wir sind alle oben. Boah, ich hasse dich, ey. Ich weckle zu ihm. Was ist halt es dann, ey? Geh, weg. Kriegst du das Kieb noch gedefft, ja, ne? Ja, was heißt, kriegst du das gedefft, ne? Mal, ey. Im Moment haben die echt den Reichweitenvorteil, ne? Ja, wir müssen unseren Immortal deathen, auf jeden Fall. Und die am besten hier überfahren jetzt. Das kann die sein. Ja, wir können das genau wie Vares sich komplett schützen. Ja, ja, ich weiß. Aber ich wollte Stacks haben. Du musst dir gar nicht hingehen zum deathen. Gut, bevor ihr da seid. Du sterb nur wieder. Ja. Li Ming auf dem Standardpferd. Aber es ist halt auch 4 gegen 4 gewesen und ihr seid da alle draufgegangen. Das ist leicht. Ja. Der Engel konnte mich nicht auffallen. Und ihr, der Straschmick. Nisch. Die Straschmick. Ja siehste der Arthas hat es eingefroren, hab ich mir schon gedacht. Unser Building, deswegen stirbt der Immortal auch nicht. Unsere Zitadelle wird angegriffen. Unser Widersacher ist nur verwundet, nicht tot. Diese Unterbrechung wird von kurzer Dauer sein. Gebt auch beim Deffen. Mal Personen auch im Camp holen. Ja, ich mach eben unten, wir müssen 16. Ja, ist schon weg. Ist schon weg. Ist ja auch schlecht. Der Mediv da die ganze Zeit. Guckt was der da macht. Ich komme runter. Ja, da ist das und so. So, jetzt ist die Frage, wer hat das schon wieder entdeckt? Jetzt müssen wir verteidigen, wir haben zu wenig Schaden gemacht. Ich krieg euch nicht alle mit Bloodlust, wenn ihr so weit auseinander seid. Das ist ein wahrer Ulti. Töte sie alle Tobi, töte sie! Wer hat das noch? Nice. So, und jetzt Schaden machen. Der Feind greift unsere Zitadelle an. Deff Zitadelle, ich deff die Zitadelle. Reiß in unsere Zitadelle ein. Ich deff die schon. Lange gedauert, ja. Zitadelle, aber anscheinend doch nicht. Lange gedauert, ja. Zitadelle, aber anscheinend doch nicht. Schade, die Lava-Wave ein bisschen zu fliehen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Schieß, halt dich hoch, schieß! Schieß! Ja, okay, das war's. Ja, Li Ming war nicht dabei. Hm. Fürchtet nicht. Ich werde zurückkehren und dem Dämonenfürsten entgegentreten. Das schwöre ich. Ich werde schon sehen, was die da macht. Ah, das ist... Das ist so da. Ja, mich wundern, dass sie nicht finishen. Das sagt auch viel darüber aus, wie gut unsere Gegner sind. Oder wie schlecht unsere Leute sind. Ah! 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 Ach! Einer gebandysche Lanzen! MitNão bah weg. bonnet! Schlanker am Kanal. Kind dernere Gegner gewinnsch Pole, Äh! Hey, achtzent die Minute, Immortal. Und die macht weiter Lanes. Gifr. Und wenn ich Bloodlast zünde, ne, vor allem die Auto-Attacker, also ihr beide, dann versucht irgendwie Auto-Attacks zu machen, ihr heilt euch ja dann hoch. Ja, war nur halt vorhin nicht in Reichweite zu hoch, halt. Ah, das hat der Medivh gut gemacht, Li Ming ist wieder Bot-Arf. Ragnar, was ist oben, also ja, schade. Oh, okay. Was ist das? Oh, okay. Oh, okay. So, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Kannst du mich auf der Welt? Wir haben mich zufrieden gestellt. Schweine voller Pfahl wird den Himmel erfüllen. Ah, zwei Push-Offs gemacht. Oh, ich bin festgehalten. Oh Gott. Scheiße, ich bin tot. Oh, hier, 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 irgendwo, oben, hier. Kein hier? Ah, okay, kein hier. Cooldown, ich hab die Taste gespandt. Das war das Lunara Gift. Schlechte Kombination, ne? Den Hut und dann Schäfchen. Dass sie nicht rausgehen können. Wohlverdient, Freunde. Auf geht's. Geh ich mal hochdeffen, ne? Ja. Ich hab wahrscheinlich ihr eigenes adkennen. Oh mein Interesse, ich krieg den ja das Cap hier noch nicht kaputt. Komm raus Fenix, komm raus. Knaufe schon, geile. Rückzug. Ja klar, Immortal. Ich meine ich hätte jetzt lieber einen Keep rausgenommen, aber das kannst du mit den Flaschen hier glaube ich vergessen. Take it slow und so ne. Hier Malf, Malf. Dann Damage drauf. Wenn das oben irgendwie gekehrt kriegst dann. Ja das tut natürlich. Ich kann das da oben nicht. Ich weiß nicht. Das Licht des Kristallbogens wird ewig scheinbar. Ja Ragnarhaus soll immer unten die Lane clearen. Ja. Es ist noch ein charge? Ah, der Malf! Oh, der Malf! Oh Gott, schade. Egal, Core! Nein! Schleck gesprungen! Core fokussen müssen, aber egal! Klappt trotzdem! Reicht! Boah! Ihr habt den Himmel tapfer gedient! MVP! ... ... ... ...